Die Midgard-Schlange Dieses Wesen gehört zu einem der bekanntesten Fabelwesen aus der germanischen Mythologie. Genauer gesagt stammten die Geschichten und Sagen aus der Mythologie der Wikinger. Der Name des Wesens lautet Jörmungard und spielt in Ragnarök, also in den Geschichten um die Prophezeiungen des Untergangs der nordischen Götter, eine wichtige Rolle. In den bildlichen Darstellungen wird die Midgard-Schlange als eine riesige Giftschlange gezeigt. Dementsprechend riesig sind auch ihre zwei Giftzähne. Sie hat den Körper einer gigantischen Schlange. Meist hat sie eine braun geschubbte Haut. Doch je nach Lichteinfall und Umgebung kann sich dies jedoch ändern. Die Augen von Jörmungard sind ebenfalls riesig und leuchten meist in einem gefährlich wirkenden grün-gelb Ton. Laut germanischer Mythologie ist Jörmungard so groß und riesig, dass sie die ganze Erde umgurten und sich dabei gleichzeitig in ihr eigenes Schwanzende beißen kann. Laut Geschichten zufolge ist die Midgard-Schlange ein Fabelwesen, welches nur auf die Zerstörung der Erde fixiert ist. Abgesehen von ihrem gigantischen Körpervolumen und Giftzähnen soll das Wesen sogar auch die Fähigkeit besitzen, sich in eine Katze verwandeln zu können. So wird es zumindest in einer Aufzeichnung dargestellt, als sich die Midgard-Schlange, angeblich in Katzenform, in einem Kampf mit dem Donnergott Thor stellte. Laut germanischer Mythologie ist die Midgard-Schlange die Schwester der germanischen Todesgöttin Hel und dem riesigen Fenris-Wolf. Alle drei sind die Kinder des Feuergottes Loki und der Riesen Angre-Boda. Mit ihren Geschwistern soll Jörmungard entscheidend zur Vernichtung der germanischen Götter und der Welt beitragen. So sollte sie, laut Mythologie zufolge, ihr Gift über die Meere und Seen der Erde verspritzen, um damit alles zu verseuchen. Auch soll die Riesenschlange gegen den Donnergott Thor antreten, der sie später jedoch in einem Zweikampf besiegt. Trotz der tödlichen Wunden konnte die Midgard-Schlange Thor allerdings doch noch mit in den Tod ziehen, indem sie mit ihrem letzten giftigen Atemhauch Thor tödlich verseuchte. Zu Anfang, als die Midgard-Schlange bzw. Jörmungard noch ein kleines Schlangenwesen war, hörte der germanische Göttervater Odin von den Prophezeiungen von Ragnarök, woraufhin er alle Kinder vom Feuergott Loki entführte. Laut Mythologie zufolge warf Odin die noch kleine Midgard-Schlange kurzerhand in das umgehende Meer von Midgard. Als Midgard-Schlange wuchs Jörmungard schnell heran und wurde so riesig, dass sie die ganze Welt umspannen konnte. Aufgrund ihres enormen Gewichtes sank sie herunter auf den Meeresboden. Man erzählte sich damals, dass die Riesenschlange an den Küsten und Stränden für die Ebbe und Flut verantwortlich sei. So soll sie bei jedem Atemzug so viel Meerwasser in sich hineingesaugt haben, dass an den Küsten und Stränden eine lange Ebbe herrschte. Wenn die Seeschlange das Wasser wieder ausbläst, so kommt das Wasser mit der Flut zurück. Die Midgard-Schlange ist mit ihren direkten Vorfahren, den sogenannten Reifriesen im Bunde, welche zusammen mit den Frost- und den Eisriesen mit zur germanischen Mythologie gehören und als die Todfeinde der germanischen Götter bekannt sind, welche auch als Rintursen bezeichnet werden. Der größte Feind der Riesenschlange ist Thor, welches der nordische Gott des Donners und der Blitze war. Laut germanischer Mythologie zufolge soll Thor schon vor Ragnarök, also vor der nordisch-göttlichen Untergangsprophezeiung, alles daran gesetzt haben, die ungeheuerliche Seeschlange zu vernichten, damit sie ihr zerstörerisches Ausmaß niemals erreichen konnte. Hierbei hatte allerdings der Donnergott offensichtlich versagt. Laut Mythologie zufolge gibt es zwischen Thor und der Midgard-Schlange eine bekannte Geschichte. Hierbei traf der Donnergott auf den befreundeten Riesen Rymir zum Fischen. Nach einiger Überlegung köpfte Thor den größten Ochsen des Riesen und befestigte den Kopf an seinem Angelhaken als Köder. Später ließ sich dann die Midgard-Schlange von dem großen Ochsenkopf verlocken und hing plötzlich an dem Angelhaken von Thor fest. Der Donnergott wollte gerade mit seinem Hammer auf die Schlange einschlagen, als dann jedoch der Riese Rymir vor lauter Angst die Angelschnur durchschnitt und die Riesenschlange Jörmungard unversehrt mit dem Ochsenkopf im Maul ins Meer wieder herabsinken konnte. Der Rest der Geschichte ist jedoch nicht genau überliefert. Hierfür gibt es drei unterschiedliche Versionen. Zum einen soll Thor den Riesen Rymir vor lauter Wut über Bord geworfen haben, worauf der Riese im Meer ertrank. In einer anderen Version soll Thor, anstatt der Schlange, dem Riesen Rymir mit dem Hammer den Schädel eingeschlagen haben, was hierbei den Tod des Riesen nach sich brachte. In der dritten und letzten Version soll weder das eine noch das andere passiert sein. Jedoch soll aber die Freundschaft zwischen Thor und dem Riesen Rymir deswegen ein jähes Ende gefunden haben. In den nordischen Mythologien findet man immer wieder Erzählungen über die riesenhafte Midgard-Schlange, die weiterhin im Auftrag ihres Vaters Loki die Erde und die nordischen Götter angreift, was sie entweder im Alleingang und manchmal sogar mit Hilfe der Riesen durchführt. Wie bereits erwähnt, fand die Midgard-Schlange dank ihres Widersachers Thor zusammen ein jähes Ende. Bis heute zählt die Midgard-Schlange Jörmungard zu eines der bekanntesten Wesen aus der germanischen Mythologie. Die Midgard-Schlange Jörmungard zu einem jähes Ende. 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 Die Midgard-Schlange Jörmungard zu einem jähes Ende.